SPLATTERN wieder keine 30 Abonnenten ab, sondern wieder 59 Leute. Wir müssen das schaffen. Wir müssen jetzt die 60 Abonnenten schaffen. Ich habe mich gerade gefreut. Und dann kam so eine enttäuschende Nachricht. Ja, ich hoffe man hört ihn gut. Gerade eben hat man ihn irgendwie nicht so gut gehört. Ähm, wenn nicht, dann stelle ich ihn einfach ein bisschen lauter am Ende. Ich bin so geil. Ich bin so geil. Ich spiele ja gerade hier ein Gameplay für Pflanz... also ein Pflanzgegeben. Wir haben jetzt gar nicht mehr für Gameplay. Für ein nächstes Video von mir. Und die FPS brechen gerade richtig ein. Wir spielen mit der Average Piggy. Und ja, wir spielen auf der Map... ich weiß gar nicht wie die Map heißt. Ja, wir spielen auf der Map, ich weiß gar nicht wie die Map heißt. So heißt sie. Gerade eben habe ich hier auch auf gewonnen. Aber das Ganze nicht aufgenommen, weil ich zu dumm dafür... nein. Ich hatte Störungen. Aus irgendeinem Grund ist das Video... Ist das Ganze viel zu laut, ist das Ganze viel zu laut, Leute. Ich muss kurz was einstellen. Er hatte mentale Störungen. Hä? Hä? Bei dem war es... kam es mir so vor, als wäre es ganz viel zu laut. Aber es ist gar nicht zu laut. Er hat immer noch mentale Störungen. Ohaha, du Siegerwitz. Okay. LOL. Hä? Wie dumm war das jetzt? Hä? Wie dumm war das jetzt eigentlich? Ich habe den einen getötet und da war dann jemand mit einem Klecksroller. Und der hat irgendwie... ich weiß nicht wie lange das war. Er hat glaube ich eine Minute gebraucht, um mich zu töten. Eine Minute. Ist er um mich rumgelaufen, wo ich in ihm drin war. Fast schon. Warum braucht er dann eine Minute? Ich kann es nicht verstehen. Okay, wir sind hier oben. Wir sind hier oben. Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Shit, der ist da hinten. Er war auch gerade eben in der Runde. Es war wieder klar, dass er mich tötet. Geil! Und warum mag ich die Airbrush-BD? Weil es die neue Waffe ist und das hier im Gepäck hat. Nämlich diesen Tintenfisch-Kalmar-Ding-Dung. I don't know. Why, but it easily. Girls. Er braucht ein bisschen Stress, Selma. Und er ist tot. Ja gut, worüber sollen wir reden? Reden wir doch lieber über das Video, was wahrscheinlich auch noch heute Abend kommt. Und zwar das Reaction-Video. Über das neue Video von Nordcraft. Und wie geht auf sein... Wie geht auf sein... Auf sein Kanal und guckt euch das Video an, bevor ihr das Reaction gesehen habt. Und ja, wir sind gerade hier im Spiel und... Okay, gut, das war nicht von uns! Wir spielen gerade beide eine Art Shooter, nur dass meins nicht so intens ist wie deins. Wie viele Leute sind hier denn eigentlich so sechs Leute am Ende? Ja, 40 Sekunden Zeit. Und die versuchen jetzt am Ende alles zu reißen mit ihren krassen Skills hier von 2060. Ich meine, die hatten wirklich gar keine Chance. Die waren gerade komplett am Arsch. Die haben jetzt... Die sind jetzt immer noch am Arsch. Weil die einfach mal alle... Weil bei denen sogar Gefahr angezeigt wird, dass die verkacken. Und ich will endlich meine... Komm, ich will meine... Ich will meine OP-Attacke einsetzen. Okay, die sind da hinten. Die sind da hinten. Die wollen das Gebieter... Komm schon! Komm schon! Okay, wir haben den ein, wir haben den ein. Komm schon, wir gehen jetzt hier durch und töten noch. Was ging jetzt noch? Was ging jetzt noch? Okay, gut. Mal sind... Ja, komm, wir haben gewonnen. Leute, wir haben gewonnen. Gut, dann würde ich sagen, gedroren wir gleich in die nächste Runde. Ah, wir haben mit 49,1 Prozent zu 37,0 Prozent deutlich gewonnen. Ja, deutlich gewonnen. Boah, ich habe das Gefühl, als würde ich gerade so eine Waschmaschine bei dir im Hintergrund hören. Ach, die ist es. Das ist mein Computer. Ne, das ist die Wii U. Das ist die Wii U, ja. Leute, falls ihr sie auch hört, ja, das ist die Wii U-Konsole. Richtig über... Richtiger Crampel, der dann die ganze Zeit im Hintergrund diese Bufu-Geräusche macht. So. Wir sind dann wieder in der nächsten Runde und wir haben gerade über die Nintendo Switch diskutiert. Und ja, Leute. Ähm. Überlegen gerade tatsächlich, ob die Nintendo Switch wirklich eine gute Kühle bekommt. Und... Ich meine, die Wii U, die hört sich jetzt an wie ein Brummerkasten. Die hört sich schlimmer an als mein Rechner. Mhm. Ich muss immer daran denken, das ist scheiße. Dass ich das ein bisschen... Ich muss es wirklich anpassen, weil mich würde man hier theoretisch... Ich muss das Mikro einfach ein bisschen weiter weg von mir stellen. Weil sonst, wenn ich mich lauter schalte... Wenn ich lauter mache das Video, dann hört man dich nicht nur lauter, sondern mich auch noch. Und dann wird das Video komplett übertrieben laut. Deswegen... Ja, mach ich das immer lieber nicht. Wir sind in Camp Octofish. Ein eigentlich... Ein eigentlich gutes Camp. Und ja. Ich würd sagen, ähm... Seit wann gehst du denn campen? Ähm... Wir spielen noch zwei weitere Runden. Weil meine... Die... Ruhe... Die Aufnahme-Ruhe zeigt zwar... So, aber vier Minuten. Dann nochmal vier Minuten. Acht. Ja. Acht. Ja komm, wir spielen noch danach nur noch eine Runde. Ähm... Und dann schneide ich ein bisschen die Wartezeit raus. Egal. Ähm... Wir brauchen ein gutes Gesprächsthema, worüber wir uns unterhalten würden. Ich würd sagen... Nintendo Switch. Weil es ja auch darüber noch nicht Videos gab, die wirklich gut sind. Doch. Und der Klerk, es gab schon ein paar Videos, die gut waren zu... Ich weiß. Mann. Das war jetzt... Das war jetzt so ein bisschen so lustig gemeint. So. Es gab ja schon so viele Videos, dass es keinen Sinn machen würde. Ich reisier grad irgendwie ein bisschen. Weil ich komm hier an. Einen nach dem anderen weggeholt. Die stehen hier wirklich... Das wünschte ich gerne von mir jetzt hier auch sagen zu können. Aber das Spiel ist scheiße und wär manchmal... Ja. Vielleicht werd ich auch mal ins Letztplan. Aber wir wollen ja jetzt keine Product Placement machen. Ich hoffe... Ich hab ja doch nicht mehr gesagt. Okay. Lassen wir das am besten. Aus irgendeinem Grund, ja. Ich weiß nicht warum, aber es ist einfach bei unserem Team so viel Rose angemalt, dass ich nicht mehr weiß... Warum. Okay, der hat mich was bekommen. Ist das... Bin ich grade zum Rose... Nein! Ich bin zu unserem Spawn gelaufen und dir so viel Rose angefärbt. Was? Gott. Was ist passiert? Was haben die... Was haben die so lange gemacht? Was haben unsere Leute so lange getrieben? Ich bin so lang gegangen... Okay, jetzt ist Rose bei Gefahr. Aber ich meine, ich bin gegangen... Okay, das überlebe ich nicht. Ich... Vor allem, das macht so null Sinn. Ich falle in Wasser. Tintenfische wird das überleben. Was macht euch nicht? Ich überlebe es einfach nicht. Weil ich... Ich bin ein Tintenfischer. Alles klar. Okay. Ein Kill und wir hätten gewonnen. Ein einziger Kill. Wo ist der Tipp, wo ist der Tipp, wo ist der Tipp? Okay, das ist dahinter. Komm schon. Egal. Nein, der hat mich gemerkt, weil ich in diesen... Ah, Mann. Das war aber irgendwie klar. Gut, jetzt holen die auf in 3... In... What the heck? Was zum Teufel haben die denn in 10 Sekunden... Was haben die denn in 10 Sekunden geschafft? Die haben ja fast alles eingefärbt. Okay, doch nicht. Okay, ich habe 2 rasiert in 10 Sekunden. Was eigentlich immer gut ist. Oh mein Gott! Illuminati! Und der Teufel! Ich habe... Ich habe in dieser Runde... 666 Münzen pro Minute gemacht. Und 666 ist die Zahl des Teufels. Und ich habe eine KD von 1,38. Ja, ich wollte dir was sagen. Und zwar spielen wir jetzt noch eine Runde. Aber... Ich wollte noch eine Sache sagen. Und zwar die, dass... Ähm... Man Splat tun. Selbst wenn man in eine Runde Leute einlädt, die dann nichts machen und man selbst zu dritt alles aussprüht, man nicht gewinnen kann. Man kann nicht zu 100% alles einführen. Das geht nicht. Die haben es nicht geschafft. Die haben 99,1%. Die haben nicht 100% geschafft. Keine Ahnung warum. Entweder es geht einfach nicht, weil man nicht genug Zeit hat oder ich weiß es nicht. Gut, Leute. Nächster... Nächster Kampf. Nächster Kampf. Ich bin gespannt, wie er Overtrieben leichter ist. Und wenn ich tatsächlich in dieser Woche noch Zeit habe, werde ich für die komplette Woche ein bisschen Splatoon aufnehmen. Und sogar danach für die Wochen, weil ich, wie schon gesagt, will ich ein bisschen mehr Splatoon bringen. Weil ich irgendwie Splatoon jetzt gerade mega... Also ich finde es wieder gut. Mir macht es irgendwie wieder Spaß zu spielen. Ich weiß nicht warum. Ähm... Und davor hatte ich irgendwie kein Spaß. Also ich glaube einfach nur, weil Splatoon 2 kommt und dass du dann einfach... Das ist irgendwie gut besser, wenn ich so mache, anscheinend ich das bei... 10 Parts hatte ich es ja. Beende. Und ja, deswegen heute sind wir wieder ins Splatoon und zocken das auch. Also ich hoffe so, es gefällt euch, wenn ja dann was du möchtest. Und abonnet ihr Kanal, damit ihr dann die Folge nicht verpasst. Wäre auf jeden Fall gut. Geil. Und hier hat schon Rosa nicht sich was eingefärbt und ich komme nicht hoch. Okay. Das war jetzt nicht zu erwarten. Gut. Wie schon gesagt, Leute, ich werde nicht hier alles einflamen, sondern eher so ein bisschen darauf achten, dass so ein bisschen die Leute ausgeschaltet sind. Ich hatte ja mal eine Runde, da war ich alleine gegen das Viererteam. Weil alle meine Kameraden rausgegangen sind, weil sie dachten sofort, ne? Ich hab keinen Bock mit dem Typen zusammen. Okay, das ist einer gerade gestorben. Ich würde sagen, fern von oben ein bisschen an. Okay, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Runter. Äh, wo ist Rosa hin? Zwei von denen spawnen gar nicht mehr. Ich glaub, die sind am Arsch der Welt. Ne, doch. Die spawnen noch. Die sind bloß gerade nicht. Okay, der eine war gerade hinter uns. Und wir haben... Ja, die sind bei uns im Team. Die sind... Die sind bei uns im Team. Die sind bei uns in der Base. Und wir haben's nicht gecheckt. Wir stehen da so rum, spulen alles ein, auf einmal sind die hinter... Alles klar, Bombe! Okay, komm schon. Okay, den einen hab' ich. Okay, den anderen hol' ich mir auch noch. Okay, den haben wir. So. Okay, da hinten war einer. Ne, ich auch nicht. Da war anscheinend auch keiner. Ich geh mal hier ran. Und wir fern auch viel ein. Aber die schaffen's halt, ähm... Ich würd sagen, gehen wir nach oben. Und da ist halt niemand. Der Rosa. Das ist halt noch so ne oberer Fläche. Und die würde halt komplett überziehen. Der Rosa. Ich würd sagen, gehen wir runter und... Alles vormachen. Die bunte Runden, würd ich mal sagen. Die Kills. Die Siegs. Die Siegs. Die Siegs. Boah, die Sonnenblume riecht mich richtig auf mit ihrem Feuer. Ich verbrenne immerwiegend der. Scheiß, bin schon wieder fast tot. Ich wurde gar niederbelebt. Und es ist so scheiße, wie sie es schreibt. Diese Südieflö Sonnenblume, ey. Warum machst du eigentlich Gameplay und sagst dabei eigentlich nicht wirklich was? Ich mach Gameplay für ein Video, wo ich sage, dass ich Minecraft komplett auf meinem Kanal für mehrere Monate aufhören werde. Für das Video, was dann vielleicht heute noch kommt, weil ich ehrlich gesagt keinen Bock mehr hab auf Minecraft. Jetzt ist es wirklich vorbei. Warte, du rät's mir noch, ne? Selbst da, ich kann das nicht mehr anrühren, dieses Spiel. Sobald ich es nur starte, find ich es schon scheiße. Also, ja gut Leute, ihr habt gesehen, wir haben dreimal in Folge gewonnen, was eigentlich übelst gut ist. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen und wir können uns in neuen Parts wiedersehen. Ansonsten, lasst ein Like da und wir sehen uns. Tschö. Medo.